Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr, Stadion an der Grünwalder Straße, Bayern München 2 gegen Kaiserslautern, 0 zu 0. Ron Robin Hoffmann, Kylan Sekebil, Alexander Luwings, Yami Luwings, Yannis Wilder, Thiago Dunners, Timo Grin, Angelo Stiller, Leon Kakatu, Yann Fittierp, Joshua Zickze, jetzt kommt 1. FC Kaiserslautern, Afto Spahik, Kevin Krauss, Adrian Hasek, Dominic Schott, Marlon Ritter, Kani Redondo, Tim Ritter, Carlos Zicknerker, Mohamed Marbert, Martin Bourget, Daniel Hans Lick, 10 Uhr vor 20 Uhr, 8 Uhr herrisch immer die Pflege, Gischke Saja,